Liebe Rubbelfreunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Heute haben wir eine echte Besonderheit vor uns liegen, liebe Rubbelfreunde. Wir haben drei schwedische Rubbellose, die wir heute zusammen wegrubbeln werden. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Sowas rubbelt man ja schließlich nicht alle Tage. Diese schönen Lose wurden mir von meinen Eltern mitgebracht. Vielen, vielen Dank dafür, Mama und Papa. Und ich bin sehr gespannt, ob wir hier den nächsten Schwedenurlaub wirklich rausrubbeln werden. Ja, es ist auf jeden Fall hier eine ganz heiße Sache. Die Rubbellose, die drei Rubbellose, sehen alle ziemlich vom Style her identisch aus. Meine Eltern haben mir erzählt, dass die Auswahl jetzt nicht so groß gewesen sein soll. Sie haben mir alle Rubbellose mitgebracht, die sie gefunden haben, einmal. Und da das die drei sind, weiß ich jetzt nicht, ob der Schwede der größte Rubbler ist. Aber er hat auf jeden Fall Rubbellose und wir dürfen drei schwedische jetzt wegrubbeln. Diese kleine Lose hier kostet 30 Kronen. Ein Euro sind ungefähr 10 Kronen, ganz grob. Das heißt, das kostet drei Euro. Das kostet 40 Kronen, 4 Euro sozusagen. Das kostet 60 Kronen, 6 Euro. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe die eben alle mal in Google Übersetzer eingegeben, beziehungsweise abfotografiert. Und ich glaube, ich habe es eigentlich verstanden, wie die Lose funktionieren. Bei Rubbellosen ist es ja meistens relativ gleich, liebe Rubbelfreunde. Kennst du eine, kennst du alles. Ihr wisst doch, wie es ist. Wir fangen mit dem Kleinen hier an. Hier brauchen wir dreimal den gleichen Betrag. Und dann haben wir noch die Chance, dass dieser Betrag sich multipliziert. Bei diesem schönen Triss-Rubbellose. Vielleicht ist der eine oder andere Rubbelfreund ja Schwede und kann hier schön weiterhelfen, falls Fehler begangen werden. Oh, hier haben wir schon so eine Besonderheit. Darauf war ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, dass wir noch die Besonderheiten haben. Okay. Werden es wohl 30 schwedische Kronen? Nein, sind es nicht geworden. Die eine Million sind es leider auch nicht geworden. Okay, es ist doch kein Multiplikator, sondern nochmal 1000. Okay, das heißt, wir hätten nochmal die Chance gehabt, 1000 Kronen zu gewinnen, wenn wir hier noch ein weiteres Mal 1000 Kronen gehabt hätten. Ja, schade. In unserem ersten kleinen Los leider eine Niete. Das ist sehr schade, sehr bedauerlich. Schauen wir bei diesem Los nach, werden wir hier was gewinnen. So sieht es aus, so heißt es. Wir sehen hier schön Wasser im Hintergrund. Hier müsste das Los genauso funktionieren wie das erste. Dreimal den gleichen Betrag brauchen wir. 60. Hier haben wir so ein Symbol mit 90 drin stehen. Das brauchen wir dreimal. Okay, jetzt kommen wir zur heißen Phase. Wir haben leider keinen Betrag. Dreimal extra Chance sind 40. Die haben uns jetzt natürlich auch leider nicht weitergebracht. Das ist sehr, sehr schade. Dann legen wir es beiseite und kommt zum Größenlos. 60 Kronen, 6 Euro. Das Los hier ist so ein bisschen irgendwie mit das Komplizierteste. Diese schöne Tabelle verwirrt mich, beziehungsweise ist keine Tabelle, sondern diese schöne Grafik verwirrt mich ein bisschen. Aber ich glaube, ich habe die Regeln trotzdem verstanden, lieber Rubbelfreunde. Wer, wenn nicht, der einzig wahre Rubbelkönig. Wir fangen einfach an, rubbeln drauf los und dann werden sich alle Unklarheiten, denke ich, erschließen. Jetzt haben wir hier schon mal ganz viele verschiedene Beträge. Das ist noch nicht so ein ganz gutes Zeichen. Okay, wir haben schon 2 mal 60. Das ist gut. Wir müssen jetzt noch ein weiteres Mal bekommen. Und hier haben wir ein weiteres Mal 60. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir das jetzt gewonnen. Diese 60 Kronen. Haben wir sonst noch irgendwas 3 mal? Sieht nicht so aus. Gucken jetzt nochmal bei der Extra Chance. Mal 1. Das heißt, es kann auch ein Multiplikator drunter stehen. Das heißt, unser Gewinn hätte sich multiplizieren können. Tut er aber leider nicht. 60 Kronen gewonnen. Ja, die Kosten des Loses wieder raus. Ob es jetzt sich dafür lohnt, nochmal nach Schweden zu fahren? Rubbelfreunde, ich weiß es nicht. Dafür muss der Sprit schon wirklich günstig werden. Aber wir haben einen schwedischen Gewinn, den wir vorweisen können. Ein sehr gutes Gefühl, muss man einfach so sagen. Fühlt sich sehr gut an. Wir haben hier beim Dubbeltriss los. 60 schwedische Kronen gewonnen. Und schön. Ja, hat mir richtig Spaß gemacht, die schönen schwedischen Lose wegrubbeln zu dürfen. Eine tolle Sache. Habe ich wieder was geschafft, kann ich sagen. Dieses Lebensziel habe ich erreicht. Rubbelfreunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die schwedischen Lose hier auch mal zu bestaunen und mit mir wegzurubbeln. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Bedanke mich natürlich bei meinen liebevollen Eltern, die mir diese Lose mitgebracht haben. Vielen, vielen Dank. Wünsche euch einen schönen Tag noch. Wir sehen und hören uns, Rubbelfreunde. Macht's gut. Wir sehen uns, Rubbelfreunde. Wir sehen uns, Rubbelfreunde. Wir sehen uns, Rubbelfreunde. Vielen Dank.